Okay, wir können gucken, Biggest Coca-Cola Chuck on Earth... Oh ja ja ja! ...dressed as Big Smoke... ...heist ins Video. Was?! Du willst mir sagen, der Typ ist genau so alt wie wir beide?! Ist doch alt wie wir?! Nein, I should die fuck've. Oder wahrscheinlich hätte er dann angefangen, Cola zu trinken? Ja, irgendwie so- Da gehe ich seine Karriere los als Chugger... Als Chuggernaut! Hungry and Focused, since 1979. Hungry and Focused! Sorry, meine 108.000 Euro. Oh fuck, das sind... wie viel Liter? Weiß nicht, sieht aus wie so 10... 4, 2 Liter Bottles! Nur 8 Liter? Holy shit! Oh Junge, die Watch, Alter. Der muss so viel pissen danach. Ja, ich glaube, das ist das größte Problem mit dem Pissen. Oh meinst du, kennst du das, wenn du so richtig lange dein Pissen verkneifen musst und dann hast du so einen richtig satisfied 2 Minuten Piss? Meinst du, der kann so einen 6 Minuten Piss machen? Oh, der pisst so eine Stunde. Ja, so. Das ist echt, das ist echt no joke. Acht Liter. Der Junge ist schon halb K.O., einfach weil er es eingegossen hat. Ja. Vor allem, die Flaschen sehen übelst schwer aus. WTF, wie trinkt ihr das? Bestrohle? Ja, guck's dir an. Let's get it going. Let's get it on. Oh, dicker. Happy Halloween, folks. Komm, trink das weg. Junge. Du weißt, das zieht sich mehr Leute rein als mein Overwatch Gameplay. Perfekt. Danke, Mann. Oh, fuck. Oh, ho, 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 ho. Ja, 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 ja. Junge. Huh. Man. Der Löwelein Serials. Was ist die Nachwirkung, wenn man sowas macht? Meint ihr, man hat so den ganzen Schäden durchfall oder so? Ich glaube, das ist einfach generell für alles schlecht. Egal was. Alles im Körper ist einfach scheiße. Man, wie dumm. Imagine that channel is einfach, dass du viel trinken kannst. Junge. Oh mein Gott. Aber eh, Alter. Oh, shit. Das übelst satisfying, aber. Kurula ist so ekelhaft, Alter. Boah, wie viel Koffein der dann auch dadurch zu sich nimmt, ne? Auf vollem Magen trinken ist das Schlimmste. Oh, ey. That's it, folks. Oh, er guckt auf. Vier Liter. Oh, er guckt auf, er schafft es nicht. I will be trying this again, all right? So, until then. Oh, das ist smart. Oh, wie er schwitzt. Er kann dieselbe Challenge zweimal machen. Und kriege ich Double Views. Der hat so einen kompletten, wie nennt man das, so einen Riesen-Bierglas getrunken mit so Tabasco-Soße, dicker. Oh, lass gucken. Lass gucken, komm, rein da. Okay, dicker. Aber, dude, er scheint mehr Pussy zu bekommen durch Trinken von Cola, Alter. Ich glaube, das ist nicht seine Freundin. Oh, meinst du, seine Schwester? Oh, ja, kann sein, ja. It's still Pussy, dude. Oh, oh. Ben, let's just present. Have a narrow Seltatruck. Oh, my God, Junge. Der Typ hat größere Nasenlöcher als Sascha. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Let's get this going. Want you to hear the pop? The sharp start. Das is free. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Was, ii, du bist nice. Ja, als ob er das weghaut. Oh, Digga. Junge, ich nachdem ich übertrieben scharfen Burrito gegessen hab. Wie dringend dein Shirt ist. Das fühlte man, dass er gettried hat. Weil er sich versprochen hat am Schluss. Fuck, nochmal. Junge. Rein damit. Alter, rein in die Futterluke, Junge. Junge, trink, trink, trink. Mehr, mehr, mehr. Boah, Bro. Boah, Alter. Hungry and focused, Baby. Ich weiß, er rülpst gleich. Boah, dass er nickt. Da geht bisschen mehr. Da geht bisschen mehr, ha? Go, go, go. Stell dich mal nicht so an. Boah, Digga. Boah. Warum hat er seine Augen so oft? Ist das irgendeine Strat? Ja, wir gucken, was er trinkt. Es ist focus. Es ist auch hungry and focused. Guck mal her. Er will gucken, was er trinkt. Junge, deswegen blitzelt er nicht, oder wie? Boah, komm Schott, komm, komm, komm. Marathon. Letzte 100 Meter. Boah, Digga. Er ist fast durch. Oh, ich... Ich glaube... Oh, Iiii. Da kam noch ein bisschen was raus. Boah. Bruder, gleich ist... Na, geht bisschen mehr. Nö, nö, nö. Weiter, weiter, weiter. Gleich ist der Schuh wieder voll. Du findest das ekelig? Ich findest null eklig. Boah, das ist überekelhaft, Digga. Null eklig. Oh, Iiii. Alter, das ist so eklig. Oh, komm, rein. Schön, rein. Jetzt ist jetzt irgendwie so ein Dino, Alter. Oh, Iiii. Oh, schön. Oh, Iiii. Weiter, komm, der letzte. Der letzte Schluck. Okay. Gib's rein. 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 Oh, jo. Drei Minuten, drei Seconds. Intense. Oh, digga. It's gonna be a long night. Oh, nee. Oh, man, Alter. 2 Millionen Views muss er dafür eigentlich kriegen. Gib mal ein. Gib mal ein. Badlands Chucks the Ocean. Gib mal das ein. Das ist gut. Das gibt's wirklich. Warte, was ist das? Ja, das gibt's wirklich. Ja, das ist so. 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 1000 Kalorien Epic Chili Cheese Fries, das ist dein bestes Video, aber das habe ich schon gesehen, das kenne ich schon auch, Klassiker, wir können auch einen Mukbang angucken, wo eine Asiaten lebenden Oktopus in Käsesoße eintaucht, und das ist, das ist auch fucking Klassiker, das ist ein wholesome Klassiker, Cheese Oktopus, Der lebt gar nicht, hä? Bro, ich glaube eigentlich, dass der Oktopus lecker ist, der sieht echt lecker aus, der sieht echt lecker aus, da ist er, da ist er, da ist er, true, das ist ein Speed Effect, Brrr, no cap, was ist mit so ein bisschen Chili? Hä, die Soße sieht übel lecker aus, echt lecker, ich finde das sieht lecker aus. Oh, ich will das haben, ich kriege gerade so Hunger. Oh, ich auch. Oh, ist ein bisschen chewy, Alter. Ist ein bisschen chewy, aber der Geschmack muss nice sein. Ja. Der süße Typ. Ich glaube, das ist so ein Guy, den Asian Girls mega hoffen. Ne, ich nur Asian Girls. Auch German Dudes. German Dudes. Der mit einer Perücke. Ah, das ist so. Es ist so, dass der Butter ist. Der Butter ist sehr gut. Butter ist sehr gut. Oh, okay, Mad Stony, komm, rein. Okay, Mad Stony, komm, rein da. Was ist ein gutes Mad Stony Video? Oh, Dicke, ich hab was. Wir gucken den Burrito Zilla Kid in under two minutes. Ist so ein Turbo Burrito. This video is out to all of you guys watching this video right now, who have watched my videos in the past. Ey, no joke, aber der Geil hat halt schon eine Krankheit oder so, oder? I can imagine. Oder einen guten... was hat der für Stoffwechsel? All of you guys, this channel right now is 500.000 strong right now. This is half a million people across this channel. Bro, der ist schon richtig abgeblockt, der hat 12,8 Millionen. Es ist ein altes Video. Ja. Das Video ist 50 Jahre alt. Bro, der Typ hat richtig krasse Views, ne? Sein Most Views von mir hat 88 Müll. 88? Ja. Ist diese Käsefritten? Ja. Boah. 80 Zoll Burrito. Oh mein Gott. Ich will den auch. Ich will den auch. Der ruft seine Freunde an. Der ruft seine Freunde an. Der ruft seine Freunde an. Alright, here we go. Let's go, rein damit 2. 1, 9, it's go. Oh shit. What the fuck, Alter. Der schluckt einfach instant runter, ne? Der schluckt einfach instant runter, ne? Digga sieht aus den Pforten schwulen. Der schluckt einfach instant runter. Bro, der schluckt einfach instant runter. Wer macht der nicht? Der kaut gar nicht. Guck mal, lach. 30 seconds. Was? No. Das ist halt so wie so ein Dü-Rübner. Boah, iiii, Alter. Was, iiii, lecker. Boah. Dicke erst mal eine Minute. Jetzt muss er Pause machen. Aber erst mal eine Mission verstanden, Alter. Das ist meine Gegner in UAC. Es gibt auch Asiaten, die essen lebende Tiere. So lebende Oktopus, lebende Quallen und so was. Das ist eigentlich auch ganz nahe. Gibt's auf YouTube. Alter. Der kümelt gar nicht. Oh, doch jetzt. Oh, komm rein damit. Junge, dann zieh lieber rein, wie er das letzte Stück da reingesaugt hat. Wie? Der hat so eine riesen Röse. Schau, das letzte Stück. Zack und weg. Der hat so eine Big Pipe. Wirklich, das letzte Stück. Und weg. puller auf den料 wird. auf den AL Laurenabilitiesern. ganz ngh笑. Die Aufbereitenlegenheiten mit einerITE Presse. OLE. Der hat so eine riesenose Röse im tu Operations haben. Weil�er Menschen ausde Bent,